Ja, ich nehm den direkt im Anschluss auf, ne? Oh, mach mal. Sensi ist noch nicht gejoint. Keiner joint. Darf man joinen? Eigentlich schon. Also es stand, also mit erster Folge, man nimmt wahrscheinlich zwei, zwei Vorproduzieren, glaub ich. Ja, man darf, ne, am ersten Tag haben wir drei Folgen gespringen, hab ich gesagt. Ja, dachte ich auch. Ja, es joinen ja auch ein paar, aber halt nicht alle. Vor allem nicht die, die ich möchte. Ey, aber das ist doch wieder so kacke, Digga, dass sie... Einfach solche schlechten Spieler gehen halt auch auf Heiz, Digga. Spielt doch einfach das Projekt. Sind die drauf? Ne. Ich werd sie halt auch nicht finden, glaub ich. Ja, ich werde sie halt auch nicht finden. Ja, ich werde sie halt auch nicht finden. Willst du 2v1 machen? Die sind voll da, würde ich sagen In der Zeit, wo wir halt gelaufen sind, haben Dino Stuff gefahren Den Kumpel Töne Töne Ja, 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 ja. und die joy noch nicht mehr egal ob die sich aber jeder rüstung gemacht dann ist immer wieder Nein. Das ist jetzt übel, keine Ahnung. Ich seh halt nichts, ich seh nichts. Ist Leiden verlaubt? Ich hab keine Ahnung. Aua, große Tech-Japack-Auswahl. Stark. Jetzt seh ich wenigstens mal was. Soll ich runterspringen einfach? Ja, machen wir. Mahlzeit. Dekau. Schuss. Ich bin zwar noch. Ich bin vor allem little z. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist auch kein Problem. Leid mir ist nicht erlaubt. Ah, cool. Na, ist zum Spiel so weit. Das war's für heute. Wieso ist der jetzt greifbar? Ich hab' den aus der Kniebeilch. Ich hab' den aus der Kniebeilch. Ich hab' den aus der Kniebeilch. Da steht. Respektlos. Ich glaub' den Namen hab' ich mir auch nicht anleisen, wie es ist. Ich find' den jetzt eh noch Matthias und dann... ...verfrippt. Ja, was hab' ich gesagt? Hast du's gesehen? Nee, nee. Ich hab' die erst gefunden. Jo. Hab's dir aber schon gelassen. Ansage. Hätt' ich mal lieber so viel Pfeile gefunden. Ja, ehrlich. Hätten die mehr Pfeile... Also, wir hätten generell... Ich hab' ja nochmal zwei Skelette gekillt. Ja, ich auch. Respektlos. Ich hab' sieben Dears. Stark. Ich find' nochmal Dears jetzt. Oh ja, Ansage. Oh. Gebt das muss ich sehle. Ah, genau. Nee, das muss ich sehle. Ich hab' sie nicht mehr. Ich brauch' sie nicht mehr. Ich hab' sie nie mehr. Egal! 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 Deshalb wollte ich dir mal... Das Gold... Egal! Egal! Ich sehe nichts! Schatz! Ich glaube jetzt einen Tobey One würde ich auch machen! Digga! Gibt euch einfach wieder hoch! Und tötet die einfach! Ich auch nicht! Ja! Diamond Picke halt! Was soll ich machen? Was soll ich mit der Diamond Picke machen? Ich hab noch nicht viel mit Eisen! Ich hab noch nicht viel mit Eisen! Ich hab noch erstmal ein Stard jetzt! Geh weg Creeper! Geh weg Creeper! Egal! Geh jetzt! Ich weiß nicht... Ich hab's halt Eisen fahren! Zeit fünf Bye! Ja! clack! Ich weiß nicht, was ist es in der Zeit! Und jetzt.. Du bist in der Zeit... Ich hab's nicht in der Zeit... Ich hab's nicht in der Zeit... jetzt finde ich nochmal die aus so Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da hat's gekracht Digga, ich hab so gute Voraussetzungen Außer, dass mein Mädchen tot ist Aus dem Zeug gute Voraussetzungen Ich bin immer noch angefuchst Komm, die alte Kame Oh Gott Ich glaub ich hatte einfach so ein Leethocks-Highlight Ja Weißt du was ich meine? Aber jetzt hast du keine Kills Egal, egal Geht doch ohne Kills Aber diesmal auch hochladen Ja Dann hast du hier gewandt Digga, ich dachte echt ich wurde grad gewandt Holy shit Digga Aber das war's mit der zweiten Folge Ja War nicht gut Ja Ja